ja hallo und herzlich willkommen zurück zuletzt kregen mein kraft decke gleich wie spielen wir mit den altbekannten leuten empfiehlt in den Ux und den Nils feiern verschwindet wegen weil es heute so abgekackt ist weil sie nicht mal was ich machen wollte wir haben sich dann geht schon wieder los da dachte ich gerade auch auf mich an meinen eigenen Kaktus ich sollte die nicht anpflanzen ich brauche Pistons so was wollte ich denn jetzt auch machen jetzt raus konzept wir sollten das vielleicht sagen was passiert ist warum wir ja das war was aufgestürzt für dich ja das war was aufgestürzt und ich weiß jetzt nicht mehr was ich machen wollte ach genau Leute habt ihr seid ja irgendwie Alzheimer ja ohne Witz ohne Witz was nehmen wir noch mal auf äh habe ich kraft daisy achso ok willkommen bei daisy hey stimmt wir haben ja auch Zombies hat ein Grafikupdate bekommen sieht das irgendwie schön aus ja ja wir haben wir haben den Mod nicht verliert ich fand das alte Daisy besser ja kannst du dich denn ans alte noch erinnern äh das ist so die Frage wie sie wieso gehe ich nachts schon wieder raus ach das ist nicht gesund ich bin ja nur oh kotzen was kotzen? kotzen katzen katzen kotzen ich bin ja nur knapp 1000 Meter von meinem Haus oh ja das geht ja noch das geht ja noch das geht doch gar nicht doch bei Roller das gibt's auch gar nicht außer bei Roller aber das geht schon kann man eigentlich warte mal kann man da noch ran wenn ich das umbaue ok weißt du kannst du ran naja ich ich ja ich bin gerne ran du kannst ja klar du kommst ran da wird man sich fragen wer lässt sich ran eben gar keiner oh Gott das will denn ja bitte niemand will Philipp reinlassen sehr gedehmer oh man ey sehr gedehmer der ist gut ganz cool ich habe jetzt alles mitgenommen außer ne Axt und die brauche ich eine schöne Axt ich brauche eine schöne Axt so Sklittle spawnen es wird Nacht es ist Nacht es ist Nacht ja meine Damen und Herren ja Philipp hängt ein bisschen Philipp hängt ein bisschen hinterher nicht zur Tageschau sondern zur Nachtchau heute finden sie die aktuellen Themen vom Nils also XP-Farm habe ich schon mal jetzt muss ich nur noch das Wasserlaut hinkriegen Solarpanel vielen Dank jetzt geht es weiter mit dem Wetter vom Philipp weiter geht es mit einer kurzen Eilmeldung vom Zenox ne Eilmeldung 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 ne Eilmeldung scheißen Gewalt mit Eiern ach so also sozusagen wie immer heutige Eilmeldung das Ei ist explodiert und jetzt ist die Katze aus dem Sack das hast du nicht gesagt nein der Server doch ich konnte gerade nicht mein Herd ein und sagte ich gerade Lutsch mir doch die Eier nein okay alles klar lieber nicht sicher Ich brauche Kupferkabel, Kupferkabel, Kupferkupferkabel. So, ich brauche erstmal ein Piston. Koppa, 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 Koppa. Rubber, Rubber, Rubbeltree brauche ich. Rubber, 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 Rubber. Das ist mein Inventar so schwarz. Der Inventar ist schwarz. Das ist so geschwarz jetzt. Das macht mir jetzt Angst. Warte mal, oh, ich habe keinen Rubber mehr. No, Inventar ist schwarz. Ja, ist so mega geworden. Das ist besser, aber so, weil ich schwarz bin. So, warte mal, ich brauche Rubber. Oh my God. Mann, keine Ahnung, das ist gerade so ein Grafikfehler wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Du hast was gegen Ausländer hast. Als ich den Receive Mode gerade... Warte mal, ist das jetzt gelb? Das Fenster... Ah, jetzt geht's. Jetzt wird's sogar noch chinesisch. Alter. Das warst du jetzt. Das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt aber gesagt mit den Chinesen. Nein, hat er nicht. Das ist gelb. Oh, 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 oh. Oh, Skelett. Was braucht man noch für einen Piston? Warte mal, kann man eigentlich auch Bäume auf? Nein. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Einfach mal nein sagen. Nein. Ja, nein, ja, nein. Klebrigerkolben, Kolben, ne, Kolben. Das, 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 Redstone brauche ich noch. Hab ich. Äh, Zauntor. Hast du ein Zauntor? Redet jetzt jeder davon, was er gerade macht, oder was? Ja, ich bin Analphabet, oder ich bin... Analphabet. Du bist gerade verweht? Behindert, das passt. Äh, was? Analphabet. Analphabet. Ja, kennst du das nicht. Ja, kein Analphabet. Analphabet? Analphabet. Oder Analphabet? Nein, Analphabet. Analphabet. Das hab ich auch noch nicht gehört. Was, Jesse? Analphabet. Analphabet. Ah ja, kenn ich nicht. Was ist das? Ach, ist der mit Kobbel, genau. Scheiße. Analphabet mit Kobbel. Analphabet mit Kobbel. Ah! Alarm für Cobra Kobbel, äh. Oh, Mann. Der war nicht lustig. Oh, Mann. Der war richtig mies. Der war echt nicht. Ich fand den geil. Dann machen wir hier noch mehr Sound. Ja, ohne Witz. Ah, jetzt hab ich das Soundtalk schräg gemacht. What the fuck? Geht das denn? Geht doch gar nicht. Oh, ich geschreckt, ey. Oh, Philipp kriegt grad seinen intimsten Orgasmus. Alter, da kam so ein Zombie an, ey. So. Da kommt noch ein Sound. Ich muss nachher heute noch versuchen, ähm, weil Stacy funktioniert wieder. Kam heute im Patch raus. Hm, interessant. Ja, er hat, äh... Ich konnte nicht spielen, also irgendwie war... Ach so war das, genau. Ja, ja, ja. Was konnte er mit Macarrator verbrennen? Ähm, Kohle und Holz auch, oder? Genau. Okay, alles Klärchen. Eineerin Insel Und der nächste Bahnverkehr Oh Mann Äh, ich muss erstmal ein paar Sachen anpflanzen Oh, fuck Ja, LOL, XD, Hoffel Ich hab das Wichtigste vergessen Ich find dieses Oh vom Senox immer so Oh Ja, Alter Oh ja Mein Tra-la-la Ich hab ne Hundearmee nicht lustig nicht okay alles klar merke ich mir merke ich mir falls ihr und lustig seid ah ja du hast gerade die stille bemerkt äh nö ich hätte gerne mal wieder so den 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 musikbot damit ich so dieses grillen zu hören nicht um die Tür treten was habe ich irgendwas zu sagen machst du jetzt nicht den schweizer oder nein würde ich das je tun ja sowas traust du mir mir zu okay alles klar du bekommst uns dreimal ein jahr etwas treibt ich bin weiter das macht mich heiter ich bin voll mit alter okay es musste sich einfach reiben es war zu viel es war wirklich zu viel ach man ihr schafft es auch immer wieder unlustig zu sein sagt der unlustige was ich bin lustig ich bin lustiger als zenochst das ist ja so das oh oh ich habe ein meisenschwert nein was meinst du was ich für ein schwert habe ich habe ein langschwert ne kurzschwert er hat ein dolch er hat ein dolch ach ja dolch war das genau tja neidisch nein ja ich bin richtig neidisch auf dein gehirn ja klar ja auf mein riesen langschwert nein nein oh gehirn 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 ist afk brain afk dein gehirn ist brain afk das stimmt ich habe alles außer das was ich brauche doch da da ja oh nein hör auf den scheiß ach das haben die wahrscheinlich gepatcht dass man hier so irgendwie wenn man was eingibt wird wird das ding so gelb der kasten wo man es immer eingibt und dann äh also beispielsweise Eve Mode und dann wenn du nicht lustig ach ihr habt ja keine ahnung was müsst ihr mal gucken wenn ihr was nein nein ich meine jetzt gerade Markus eigentlich aber ach so äh warte mal wie baut man denn jetzt nochmal Kupferkabel macht ihr das so ok ich brauche das da hinten dran oh Gott ich brauche so viele Kupferkabel ey ja ich auch ich bin immer noch in diesen scheiß Solarpenals da ja da passen wir alle dran ich mache Fortschritte ich glaube nicht das war schon einer Solarpenals von uns doch ich glaube das erinnert laut Voltage oder ja aber nicht so ein großes Ding ja ja nicht so ein großes Ding hat er aber ja hä ich dachte man kann ein großes Ding habe ich schon sonst noch aber alter sagst du das muss jetzt die Vorlage sein oder ja eigentlich ne ne ich weiß wie wir die folgenden nein nein das lassen wir lieber einen anderen sind wir uns hatten groß äh was 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 nein das Niveau welches Niveau ja genau ja ok was fragst du noch was fragst du noch genau wie heißt denn das Ding Elektronik Herr der Ringe wollte ich grad aussagen ich brauche oh Gott da brauche ich ja so viele colders brauche ich krieg ja wohl hin generator super ich muss nachher noch ein Guild Wars aufnehmen muss ich ja auf mit deiner scheiß Schleichwerbung kann kein Mensch gebrauchen also wenn ich es nötig hätte mal so abgesehen ja hauptsache irgendwas gesagt was habe ich gesagt nix ja also schnauze halten nö nö ne aus Prinzip nö nö warum auch du dämlich bist nö na ach wieso ne na Quatsch Quatsch laberlich ach du ach quatsch nein ach 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 quatsch ach du nein ich glaube ich hab's endlich geschafft hier mit dem Glückwunsch ach quatsch nein ach quatsch nein nein ach quatsch du da nicht nein laber nicht warte mal hab ich da jetzt genug für bis wann können wir aufnehmen 9 oder 7 bis äh 7 bis um 9 äh 7 97 ah bis um 97 ok da muss er jetzt erstmal liegen so was sag ich ne 1 2 3 4 5 6 7 8 8 brauch ich 8 äh generator das heißt ich brauch eisen ganz viel eisen 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 hab ich blub 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 da haben wir noch mehr eisen hallo rubas wie geht's euch rubas habt ihr eigentlich ein texture pack installiert nein doch ich hab noch 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 ne doch hab ich auch doch stimmt welches hast denn du irgendeins ja ich auch ich hab dieses von pure nein ja pure db kraft ich hab ich hab ich kann dir gleich sagen was ich hab ein langschwert oh der wird nicht mehr witzig ok ich kanns grad ingame nicht anschauen und ich hab schon wieder meine scheiß axt vergessen ich brauch doch nur 8 ich brauch noch 8 ich brauch noch 8 war das jetzt eichensatzlinge scheiße boah rabass verschissen ne weißt du bist beschissen ne 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 mit viel tunnels und viel eisen ne ich könnte dir was sagen aber nein tu ich nicht ne nein nein jetzt vergrabe ich doch die letzten zuschauer welche zuschauer hör auf ich krieg mich nicht mehr ja dann lauf nicht weg der war nicht lustig er ist genauso lustig wie du ja und ich bin sogar lustig also ist es auch lustig ich bin noch ein dummes stück scheiße ich hab's ja da muss ich dir recht geben generator und da brauche ich noch mal eisen dazu ah ok b c bläckendecker bläckendecker 10 ingots auch jetzt brauche ich noch mehr redstone ja da brauche ich auch noch ein bisschen was aber oh mein gott ich hab genug redstone mehr tschuldig ich jagen jo redstone habe ich auch redstone jagen ne ja ich hole jetzt mal ein bisschen weizen landen dann kleines hundi geht's rein nein nicht raus böser möter böser möter hallo schaf alter ich wollte grad wuff machen warum auch noch das spricht für deine schulausbildung was macht eine ziege